Hallo Leute! Zurück bei... ARC Ach ne Ehh Ehh, müssen wir ja halt drücken Mir ist schon wieder kalt, warum denn? Was ist denn das, ne Koppelsnuss? Ne, ne Muschel Kann ich aber nicht aufsammeln Und dort der Baum Nimm mal mit Nimm mal mit Ah, kann man kriegen Irgendwie fehlt noch ein bisschen was Irgendwas stimmt hier glaube ich noch nicht Ah, jetzt Ja Letztes Mal haben wir uns ja schon auf dem Weg gemacht Ähm Um uns ein neues Lager zu bauen Dann müssen wir jetzt mal kurz die Nacht gleich abwarten Ich glaube es wird Nacht Und Dann können wir Neee Aber ich hatte das letzte Mal extra die Tasten umbelegt Ah Jetzt ist meine Fackel kaputt gegangen Der Tab Hab ich doch Anwenden Ach, speichern müssen wir vielleicht auch He he Na jetzt Hm, wir wollen nämlich grad gucken wie lange das hier noch haltbar ist Mayobeeren Hier sollten wir mal kurz snacken nehmen Na und jetzt wirds schon wieder Nacht Ich will jetzt hier auch nicht mehr So viel Ich will jetzt hier auch nicht mehr So viel Hä? Ähm Nein, lass doch Feuer an Die ist doch kalt Ich will jetzt auch nicht mehr Kann ich eigentlich irgendwie sehen Was ich mit dem Zeug anfangen kann Hm Hm Tagibuch Kreaturendossier Okay Ähm Schließen Ähm Ja hier war Essen drin Okay Was hat man da drin? Ich glaub da waren dann die Baumaterialien drin und Zeug Öl Ich weiß immer noch nicht so recht äh Was ich hier genau machen muss Also Fasern haben wir viele, das ist gut Steine können wir mal hier lassen Hä? Okay Also es sind schon äh Ja jetzt hier 100 Stackbar Okay Ah Gott ja Ähm Gut, ja wir müssen jetzt halt wieder warten auf Ein Stein Ja da haben wir die Steine weggelegt Hallo Hä? Was macht denn der? Hallo Ah falsch Ich hab F1 gedrückt Mann Das war Duo-Vergabe hier Ich hoffe es wird bald wieder Tag Das wir uns auf den Weg zu unserem neuen äh Quartier machen können Hinten scheint ne Wüste zu sein Ach wir bleiben jetzt hier einfach mal beim Feuer sitzen Ist zwar Ist zwar ein bisschen langweilig Aber was soll's Dafür geht es uns hier gut Und uns ist glaube ich nicht mehr so kalt Neun Grad haben wir Der achte Tag erst Ich hätte jetzt gedacht wir sind schon viel länger hier Ja Ah und die Punkte hier die scheinen hoch zu gehen auch einfach so Das war fun Ähm Eigentlich könnten wir ja schon so ein Grundgerüst herstellen Aber eigentlich würde ich das auch gern Ähm Weil ich hab da gesehen wir können das alles aus Holz machen Holzwand Holz Fundament Ah dann würde ich nämlich gleich eine richtige Hütte aus Holz bauen Das wär doch cool Schleuder Scheint das hier zu sein Eine Kanone Okay Ein Stuhl Was eigentlich zum kochen Ein Leiter Geländer Geländer Genau ein Geländer Oh ein richtiger Speer Eine Wendeltreppe Ist ja Ist ja immer Fallschirm Leute Was Sorry was ist hier los Können wir uns eigentlich schon einen Sattel machen Haben wir das schon erlernt? Naja Was war das hier? Notiz Holzschild Für was brauche ich hier ein Schild? Ich bin alleine Zündpulver Steinschleuder Das wär auch mal was zum Erlernen Bluttransfusion Narkosemittel Ah das müssen wir erst erlernen Bevor wir überhaupt mal Irgendwie irgendwen zähmen können Aber ich muss erstmal gucken Dass wir hier wieder Tag haben Aber ich muss erstmal gucken Boah warum Warum strahlt es direkt hierher? Es strahlt direkt hierher? Es strahlt direkt hierher? Oh Ja toll das verarscht mich Ich muss halt hier drin bleiben Weil ich hab Angst im Dunkeln Angst vor diesem Bösen kleinen Dinosauriern Aber ich glaub wir haben es bald schon geschafft Ich hab ja irgendwann mal ganz am Anfang Die Nachtgeschwindigkeit auf Zweifach gestellt Das heißt wir haben doppelt so lang Tag wie Nacht Ähm Dann brauch ich hier jetzt nur einen Kälteschutz von 85 Weil ich vom Feuer weggegangen bin Weil ich vom Feuer weggegangen bin Ah ja Ah ja Ah ja Ah ja Ah ja So ist das also Ähm Wir essen noch mal was Ja der Morgenkraut schon Aber sieht ein bisschen bedrohlich aus Was ist eigentlich das? Was ist das? Ich weiß es nicht Kriege ich da irgendwas? Kann ich da irgendwas holen? Habe ich da irgendeinen Vorteil von? Wenn ja Schreibt's mal in die Kommentare Dann geh ich da vielleicht mal hin Mh So Steine haben wir ein paar Bin ich grad mal gucken Am gucken Bin grad mal gucken Loll der Hut ist nur aus Fasern Ist ja interessant Was machen wir denn mit dem Speer? Habe ich alles dabei Okay Dann würde ich sagen Ähm Ah warte mal Feuer können wir ausmachen Dann sparen wir ein bisschen äh Material Ach ziehen muss ich das doch Mann Sagt mir das doch einer So So Jetzt aber Hallo So Jetzt ähm Gucken wir mal Ob wir Ob wir da hinten einen Berg hochkommen Wo wir hinwollen Da ist noch ein Dodo So Und wir laufen hier im Kreis So Und wir laufen hier im Kreis So behe Ich kann mal kurz ein bisschen baden Boah Boah Was sind denn da für Sind die böse? Oder waren das die vom letzten Mal? Alter Oh Hier wackelt alles Hier wackelt alles Wir hoffen natürlich Wir hoffen natürlich Dass sie nicht schon wieder Die kleinen ekligen Viecher sind Da oben wollen wir hoch Da wo die zwei sind Hier müsste irgendwo noch mal eine Kiste sein Das wird ein kleines Abenteuer Ich habe ein bisschen Angst Ja Da ist meine Kiste Die ist noch da Wir müssen erstmal einen Weg freimachen Wir müssen erstmal einen Weg freimachen Dann